Das beste Shooterjahr des Jahres 2016, das ist unser Thema heute im GT-Talk und damit herzlich willkommen euch da draußen entweder auf YouTube oder im Podcast, wo auch immer ihr das hört. Hallo Daniel! Hi Fritz! Und was war das für ein Shooterjahr? Ja, wir haben uns natürlich einen vollkommen adäquat ernstzunehmenden Titel für diese Sendung ausgedacht. Deine Kamera ist übrigens noch auf Autofokus, aber das ist für Leute, die es nur hören, total egal. Ich versuche mich nicht zu bewegen. Ja, wir hatten ein erstaunlich gutes Shooterjahr, mit dem wir glaube ich so gar nicht unbedingt gerechnet haben, weil du meintest vorhin sogar noch in der Vorbereitung, haben wir nicht letztes Jahr noch gesagt, dass der klassische Story-Shooter irgendwie ganz schön ausstirbt, gar nicht mehr so doll dabei ist und dann kamen dieses Jahr ziemlich gute Dinger. Richtig. Ich weiß noch, wie wir uns unterhalten haben. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr. Da waren wir es gewohnt, dass ein Call of Duty erscheint. Natürlich jedes Jahr im Spätherbst, dass normalerweise alle paar Jahre ein Battlefield mit einer Murkskampagne erscheint und dann ist es schon dünn geworden. Und was haben wir uns damals über Wolfenstein gefreut? Dass es endlich mal wieder einen richtigen Shooter gibt mit einer schönen, langen Story-Kampagne und gewissen Mechaniken, die wir schon vergessen hatten, wie Healthpacks und solche Sachen und hatten das Genre-Shooter im Großen und Ganzen schon abgeschrieben, abgesehen von Multiplayer-Shootern. Und dann kommt das Jahr 2016 mit einigen auch letztes Jahr schon angekündigten Titeln und ungefähr jeder größere Shooter, der dieses Jahr erschienen ist, war ziemlich sensationell. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Wir gehen, würde ich sagen, chronologisch ein bisschen durch. Ich habe nicht so viele Shooter gespielt wie du. Du hast, glaube ich, alle gespielt und alle mehrfach wahrscheinlich, wie immer. Das heißt, du bist der, der alles gespielt hat und ich bin der, der nicht ganz so viel gespielt hat, aber von denen, die ich gespielt habe, sehr begeistert bin. Und da werden wir uns dann sicher einige Argumente um die Ohren hauen können. Womit ging es denn los? Los ging es mit etwas, was in Deutschland wahrscheinlich eher unterm Radar lief, weil es offiziell gar nicht hier veröffentlicht wurde, nämlich mit dem Story-DLC zu Dying Light mit The Following, das deutlich besser war als das Hauptspiel. Ein viel stringenteres Erlebnis war, auch einfach eine schöne große Welt. Man hatte auch ein Fahrzeug und es war vom Storytelling auch interessanter gemacht. Das war ein kleiner Einstand eigentlich nur, aber ein echtes Highlight, also richtig cool. Hätte ich gerne auch irgendwie schon mal komplett durchgespielt, aber ich habe es nur angespielt und halt mich dann halt ein bisschen drüber schlau gemacht. Ich schiebe es immer noch vor mir her, weil ich drauf hoffe, es irgendwann dann mal im Koop zu spielen, weil das würde ich schon sehr gerne im Koop spielen. Genau, das ist aber offiziell in Deutschland gar nicht veröffentlicht worden, weil ja das Hauptspiel initiiert ist. Der DLC glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil der dürfte noch nicht direkt unter die Inhaltsgleich-Klausel fallen, denn es ist ja nicht inhaltsgleich. Es ist ja auch ein Shooter im weiteren Sinn, denn ich kann natürlich auch irgendwelche Melee-Waffen einsetzen und es ist sehr Open-World-lastig und Crafting-lastig. Da sei als Honorable Mention vielleicht noch Far Cry Primal erwähnt. Und natürlich auch ein großer Open-World-Shooter in dem Fall von Ubisoft. Jetzt aber nicht der klassische Shooter mit Gewehr, sondern eben Pfeil und Bogen und solche Dinge. Deswegen, ich weiß nicht, hast du das weit gespielt? Ich habe es gar nicht gespielt. Deswegen würden wir das im Rahmen dieser Sendung ausklammern. Das auch ein bisschen ausklammern fast, weil das, also ich habe es angefangen und habe es dann aber tatsächlich abgebrochen, wo ich ein bisschen überrascht war und zwar, weil mich diese Nahkampfmechaniken gelangweilt haben. Also, das war ja ein Spiel, wo du echt viel auch Nahkampf hattest und es gab so gut wie nichts. Also es gab keine Verteidigung, kein geiles irgendwie ein bisschen Ausweichen. Dafür, dass das so ein Kernelement des Spiels war, hat mir das im Kern dann nicht genug Spaß gemacht. Da ist ein Dying Light einfach mit seinem ganzen Kampfsystem, das ja auch sehr Nahkampflastig ist, viel interessanter fand ich zumindest. Von daher hat mich das tatsächlich nicht so doll gereizt, auch weil die Geschichte jetzt dann doch nicht so richtig in Fahrt kam. Da war ich ein bisschen, ein bisschen enttäuscht von. Ja, naja. Aber, das war so ein kleiner Vorgeschmack auf das Shooter ja und richtig los ging es dann im Mai. Wir können über Far Cry Primal, für die, die es noch mehr interessiert, falls das andere von uns, ich weiß gar nicht, haben mich und Martin das gespielt. Martin hat das als Les Bay gemacht. Ah, richtig, ja. Wir können ja vielleicht im Rahmen eines Open-World-Jahresrückblicks mal darauf zurückkommen. Ansonsten ging es dann im Mai richtig los. Und ich weiß noch, du hast Anfang Mai Geburtstag, bist eh nicht so die Party-Maus in dem Sinne und hast dich gefreut wie ein Kind, weil du deinen Geburtstag abends mit einem Spiel verbringen konntest, auf das außer dir in Deutschland niemand gewartet hat, nämlich … Mit Homefront the Revolution. Richtig. Und das hat sich über das Jahr ganz schön entwickelt, was viele gar nicht so wissen. Kann das sein? Ja, das hat sich … das kam ja raus und hatte ganz schöne Performance-Probleme noch gehabt. Also es ging schon, aber es hätte besser sein können. Es sah aber auch eigentlich sehr cool aus. Das haben sie aber deutlich verbessert. Und jetzt ist aber jetzt gerade, also vielleicht je nachdem, wann diese Sendung ausgestrahlt wird, ist es vielleicht sogar wieder in Ordnung. Aber jetzt ist gerade der zweite Story-DLC rausgekommen, wo sie übrigens wie bei Disornored plötzlich gemerkt haben, oh, wir könnten die Hauptfigur ja auch sprechen lassen. Ist vielleicht besser für die Story und für das Feeling. Ja, ist besser. Danke, dass euch solche Sachen immer in DLC einfallen. Und im selben Zusammenhang mit diesem zweiten Story-DLC, der Konstruktion okay ist, wurden leider ein paar Grafikeffekte wieder ausgeschaltet, die erst im ersten Story-DLC vor ein paar Wochen angeschaltet wurden. Und da war eigentlich die Performance damals okay. Also wirklich, wirklich richtig gut. Und so richtig weiß keiner, was es ist. Vielleicht ändert sich das jetzt irgendwie in wenigen Tagen wieder. Ich hoffe, es kommt wieder rein, weil es war sehr stimmungsvoll dann zu einem gewissen Punkt. Da hatte ich dann auch mal so ein Video gemacht mit, wie läuft das jetzt und so, weil es ja auch Performance-Probleme gab. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da bin ich aber mehr oder weniger fast mit der Einzige. Obwohl ich tatsächlich dann gesehen habe, um den Release von diesem ersten Story-DLC, wenn man dann sich die Reviews mal angeguckt hat, das war dann so ein bisschen so nach der Phase, wo so ein bisschen dieser, der ja oft beim Rundum-Release, gerade von größeren Titeln so, einfach mal die Grundablehnung, die so mitschwingt. Also wo dann wirklich sehr viel immer von wegen, ja, ist ja scheiße, ist ja scheiße, ist ja scheiße. Als das so ein bisschen durch war, habe ich auch echt viele Sachen gelesen, wo die Leute auch gesagt haben, oh, ich bin ja echt überrascht, das ist ja, das ist besser, als ich gedacht hätte und so. Und ich fand das eh halt ganz cool. Die Story ist halt dumm, naja, aber ganz ehrlich, ein Shooter, ne? Also, aber mir hat halt die Mechanik gut gefallen und ich glaube, das war so ein bisschen auch eine Trotzreaktion gegen das, gegen das The Division und Destiny-System vom Runterschießen von Lebensbalken. Das hat mich nämlich schon ein bisschen in letzter Zeit in diesem Bereich angecast gehabt. Und Homefront hat halt das komplette Gegenteil. Da ändert sich das Gameplay, wenn du einen Schalldämpfer drauf hast, ändert sich einfach das Gameplay so, wie der Schalldämpfer in Film und Spiel funktionieren soll. Und mit einer Shotgun machst du halt Shotgun-Schaden und nicht irgendwie den halben Lebensbalken runter oder so ein Zeug. Und das hat mir gut gefallen. Auch die ganzen taktischen Möglichkeiten. Du kannst ja wirklich viel spielen. Du kannst die Leute ablenken mit irgendwelchen Ablenkgeräten. Du kannst mit deinen funktuell gesteuerten Drohnen Fahrzeugen da irgendwie unter den Jeep fahren und denen dann hochsprengen und so. Und das hat mir echt, echt gut gefallen. Nein, von daher, ich war da richtig, richtig, richtig übergeistert von dem Spiel. Gerade so bei Kämpfe bei Nacht und sowas alles. Da war echt viel los. Kam aber insgesamt nicht so gut an. Also so mittel. Die meisten Wertungen waren so irgendwas im 70er-Bereich. Ist auch okay. Für die, die über den Winter noch irgendeinen Open-World-Shooter suchen, den sie vielleicht nicht so auf dem Zettel hatten, kann man aber getrost sagen, wenn ihr es mal im Steam-Sale seht, dann warum nicht mal im Front-The-Revolution spielen. Denn ein solider, schöner Open-World-Shooter. Und ich glaube, es ist besser, als viele Leute wahrscheinlich erwarten würden. Die einzige Sache, wie gesagt, das ist jetzt gerade echt ein bisschen ärgerlich mit diesem Grafik-Downgrade. Es sieht jetzt wieder so aus wie zum Release. Das war auch nicht hässlich. Aber es war halt ein bisschen, wenn man dann mal sieht, wie viel besser es noch hätte sein können. Also so ein bisschen so, was soll das denn jetzt? Na, mal sehen, was sich da in den nächsten Tagen noch tut. Naja, Stichwort, besser als erwartet, erschien im Mai der neueste Teil der vielleicht berühmtesten Shooter-Serie ever, das sogenannte Doom, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, dass wir alle nicht in dieser Qualität auf dem Zettel hatten. Denn man hatte, Bethesda hat, als sie Doom das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt haben, nämlich einem illustrieren Kreis von eingeladenen Menschen bei einer, was war das, bei einer Quake-Con, ist nie was rausgeleakt und es hat sich rausgestellt, also was man dann davon gehört hat, war okay, es ist sehr, sehr brutal. Es hat so ein extremes Kettensägensystem, wo ich dann sehr speziell Gliedmaßen abtrennen kann und man hat sich das alles sehr komisch vorgestellt und es sei sehr, sehr schnell. Also es war irgendwie ein komischer Mix und auch die ersten Gameplay-Videos haben irgendwie, man war sich nicht so ganz sicher, macht das denn auf Dauer Spaß und wow, hat das einen Spaß gemacht. Vor allem in Aspekten, die in diesen frühen Videos oder die man so nicht mal erwartet hatte im Sinne von sich, ja könnte es das vielleicht haben oder nicht, sondern die man einfach schlichtweg vergessen hatte. Und das ist diese ganze Exploration-Geschichte in den Leveln. Es gibt oder es gab in diesem Jahr glaube ich keinen Shooter oder vielleicht auch kein anderes AAA-Spiel, bei dem, finde ich, es so viel Spaß gemacht hat, die Collectibles zu suchen und auch alle einzusammeln, weil es eine überschaubare Menge von Collectibles war, die auch angenehm zu finden war. Also man konnte mit gewissen Dingen, die leicht freizuschalten waren, sich die Suche nach den Collectibles so einfach machen, dass es genau den richtigen, die richtige Balance geschafft hat. Genau, der Sweet-Spot zwischen, ich muss nicht zu lang rumsuchen, aber wenn ich rumsuche, dann lohnt sich das und das Rumsuchen macht auch Spaß. Also da hat alles gestimmt. Das Rumlaufen hat gestimmt, die Waffen haben sich alle super angefühlt, das ganze Gameplay des Originals von 93 haben sie eigentlich perfekt eingefangen. Also ich muss mich schnell bewegen, ich muss um diese Gegner rumtanzen, ich muss ständig meine Waffen wechseln, ständig auf die aktuelle Situation reagieren, die Dämonen sind immer in der Überzahl, aber ich habe die schon im Griff, wenn ich das Richtige mache. Dann auch der Einsatz von Spezialfähigkeiten. Hat wunderbar funktioniert, das ganze auch nicht, nahm sich nicht zu ernst und es sah hervorragend aus und lief auch hervorragend. Das war das erste Spiel. Klar, man kann immer sagen, okay, Texturen gehen besser oder dieses oder jenes geht besser, aber ich habe jetzt auch nicht die... Das sah schon echt richtig gut aus. Es sah super aus und es läuft jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt eine 79 drin, ist jetzt auch nicht mehr die allerkrasseste Generation und ich spiele es in 1440 und ich habe jetzt diese Vulkanschnittstelle drauf, um es mal auszuprobieren und ich spiele halt stabil mit über 80 Frames. Und das ist schon was anderes ehrlich gesagt. Also wenn du das, das möchte ich auch nicht auf der Konsole spielen. Also klar, du bist jetzt so ein Gamepad-Spieler und ist auch okay. Das lief da auch gut, aber ich habe es ja auch auf dem PC mit dem Gamepad gespielt. Achso, ja, aber ich finde ich jetzt so mit Maus und Tastatur, es ist halt, es ist ein Traum und es macht einfach nur Spaß und keiner hatte das so erwartet. Und wir dachten auch, das wird nicht noch besser dieses Jahr, was Shooter-Kampagnen angeht. Story-Scheiß egal, wie immer irgendwie. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, was so richtig in der Story passiert ist, aber es hat schon, es war okay. Mein Gott, Dämonen-Zeugs und so. Ich fand ein bisschen schade, also ich fand die Höllenabschnitte auf Dauer ein bisschen öde. Also ich hatte ein bisschen mehr erwartet da, ein bisschen mehr Einsatz. Aber die einzige Sache, die bei dem Ding so ein bisschen die Tragik an dem Ding war, ist, welchen Fokus Bethesda und IT dem ganzen Ding im Multiplayer gegeben haben. Nämlich, dass sie zum Beispiel den ganzen DLC-Season-Pass komplett auf Multiplayer gelegt haben. Also komplett die Call of Duty-Battlefield-Schiene gefahren sind, in der Hoffnung, dass das irgendjemanden jucken würde. Und es hat niemanden gejuckt. Niemand juckt dieser Multiplayer. Jetzt sind sie irgendwie bei zwei von vier DLC-Packs, die schon draußen sind. Spielt keine Sau, interessiert keinen, kam auch nicht so super an. Die mussten viel hin und her bauen, weil es nicht so war, wie es sich viele vielleicht vorgestellt oder gewünscht haben. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war von Anfang an ein bisschen irritiert, was dieser starke Multiplayer-Fokus sollte, weil die Art von Multiplayer habe ich nicht gesehen, dass das heute noch ein allzu starkes Bedürfnis danach gibt. Und hat sich ja dann auch gezeigt, dass es das scheinbar so in der Form nicht gibt. Also dass die Leute da nicht reinrennen des Multiplayer-Wegens. Ich glaube, die wollten die Quake-Fans ein bisschen einfangen und ihnen was vormachen, dass das jetzt das neue Quake 3 oder Quake Arena wie auch immer oder Quake Live wäre. Und schon in der Beta hat sich aber herausgestellt, dass es das nicht sein wird. Und dann hatten sie auch schon verloren. Deswegen jetzt mal gucken, wie Quake Champions wird. Aber ja, das ist ihnen halt nicht gelungen. Die Leute wollen, glaube ich, sowas in der Art nicht. Und wenn, dann muss es spot-on so sein, wie das Spielgefühl bei Quake 3 war und so. Das ging halt bei Doom schief. Ich bin aber auch kein erfahrener Multiplayer-Spieler. Es hat sich schon ein bisschen angefühlt wie Quake 3. Irgendwie von der Beherrschbarkeit so. Aber ja, die Fans nicht. Und dann war es halt im Multiplayer auch gegessen, das Thema. Wir haben ja auch die Beta gespielt. Und so für uns, die jetzt nicht viel Multiplayer spielen... Also mir hat das voll Spaß gemacht, da rumzurennen und rumzuballern. Das war überhaupt nicht... Das, glaube ich, war auch gar nicht so das Riesenproblem. Es war nur so ein bisschen, wer braucht das? Das ist ja mit so vielen von den Multiplayer-Modi so ein bisschen so... Man geht da in einen sehr, sehr ausgefüllten Markt rein. Und wir haben dieses Jahr gesehen, dass man in diesen Markt reingehen kann und einen unfassbaren Erfolg haben kann. Aber dann muss man einen anderen Firmennamen draufstehen haben, der mit B anfängt. Und danach aber nicht mit Bethesda weitergeht, sondern mit Blizzard. Und die haben... War das nicht auch im Mai? War auch im Mai, ja. Die haben nämlich Overwatch gebracht. Und da sind wir bei einem Duell, was eigentlich instant kein Duell war. Nämlich Overwatch gegen Battleborn. Und Battleborn ist sofort gestorben. Also... Ja, Battleborn war nie am Leben. War nie wirklich, das stimmt. War leider nie wirklich am Leben. Deswegen... Ich fand eigentlich... Ich hab ja die Storylevel so ein bisschen angespielt und fand es ganz nett. Aber es war halt auch wirklich... Es war überladen. Es war schwer zu fassen. Es hatte nicht richtig das Gefühl von einem Borderlands erreicht. Also das hat es nie so ganz erreicht. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich damals die ersten Videos, die es davon zu sehen gab, fand ich eigentlich sehr cool mit diesem Stil. Aber es war am Ende... Es wusste auch nicht so richtig, was es eigentlich sein will. Es war überladen. Es war für Singleplayer-Spieler zu wenig. Und für Multiplayer-Spieler die Einstiegshürde halt extrem hoch. Also da musstest du... Das war von 0 auf 100 und richtig, richtig kompliziert. Und dann halt einfach auch blödes Timing. Dann steht halt ein Overwatch dagegen, was so einschlägerfreundlich gemacht ist, so zugänglich und so gut angenommen wird. Klar, mit einem Namen wie Blizzard kannst du halt gut punkten. Andererseits Gearbox, Borderlands, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Team, wo man sagen würde, die können sowas nicht. Und die können das auch schon. Das war jetzt kein schlechtes Spiel, aber es ist irgendwie völlig an den Leuten vorbeigegangen. Aber das war halt echt... Das war schon ganz schön bitter. Vor allem das Niveau, auf dem es gescheitert ist. Die Idee war ja nicht so schlecht, jetzt kombinieren wir mal das MOBA-Prinzip mit dem Borderlands-Prinzip. Es sind beides sehr beliebte Geschichten, aber oft ist es dann genau der Mix wie... Weiß ich nicht, ich kombiniere jetzt auch keine Makrele mit Marmelade normalerweise. Es ist beides an sich ganz gut, aber in der Kombi passt es nicht recht zusammen und wird nicht viele Menschen erreichen. Und Overwatch hat es da halt wieder clever gemacht, wie es Blizzard immer clever macht. Natürlich ist es immer technisch perfekt gepolisht. Spricht sogar Spieler wie mich an, die mit Multiplayer überhaupt nichts anfangen können. Aber ich habe nicht so viel gespielt Overwatch, aber ich hatte sehr viel Spaß dabei. Sofort begreifbar, was da passiert. Im Gegensatz zu Battleborn-Helden, die man nicht nach einer Sekunde wieder vergessen hat, sondern um die sich rum jetzt schon einiges entwickelt hat. Und da sind jetzt nicht unbedingt diese Lore-Videos schuld, sondern, weiß ich nicht, Cosplayer verkleiden sich als Diva und als was weiß ich. Und einer versucht mit dem Schwert-Controller Genji zu spielen und schafft es auch noch. Also diese ganzen, das sind jetzt irgendwie Charaktere, die nie groß in so einer wichtigen Lore aufgehängt waren. Und im Gegensatz zu Battleborn funktionieren die aber trotzdem. Ja. Und das hat Blizzard halt einfach richtig gemacht und Gearbox mit Battleborn leider nicht. Was schade für Gearbox ist, weil es sau teuer war, das zu produzieren. Und man jetzt sehen muss, wie es mit dem Spiel wahrscheinlich nicht und wie es vor allem mit der Firma weitergeht. Aber naja, sollen sie halt ein neues Brothers in Arms machen, vielleicht wäre das ja was. Ich würde es kaufen. Bei Brothers in Arms 3 ist immer noch der beste Weltkriegsshooter. Ja. Also, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau. Äh, dann sind wir, jetzt muss ich mal selber überlegen, was war denn dann noch? Dann war ein bisschen Durststrecke. Ja, es gab immer mal so ein bisschen Betas von dem einen oder anderen. Möchte gern Overwatch, äh, oder Battleborn Konkurrent, so Paladins und so ein Zeug. Ja. Ging da mal so ein bisschen an, aber ich glaube, das können wir mal alles sehr, sehr links liegen lassen. Ja. Ähm, weil das wirklich niemand groß erreicht hat. Äh, und dann, ja, da war es ein paar Monate still. Es kamen aber die, es kamen aber die ersten Anzeichen für den Shooter Herbst, nämlich ne murksige Titanfall Alpha oder was das war. Beta. Oder Beta sogar schon, äh, dann kam die Battlefield Alpha, die ziemlich beeindruckt hat, obwohl es nur eine Mat war. Und zu Call of Duty gab es nichts. Doch, zu Call of Duty gab es auch eine Beta. Ach so? Aber die war ganz, ganz kurz vor dem Release. Ah ja. Wieso ist mir jetzt noch eine Sache aufgefallen, womit das Jahr losging. Äh, damit ist nur eine kleine Erwähnung, aber es war ein tolles Erlebnis, auch im Shooter-Bereich, auch wenn es ein bisschen anders ist. Superhot. Superhot. Ha, 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 ha. Habe ich noch nicht gespielt. Es ist super, also es ist superhot. Ja. So muss man wirklich sagen. Ansonsten schaut euch Let's Play auf dem GameTube-Kanal an. Es ist ein, ein, ein wahnsinnig Spaß gewesen. Es ist so ein tolles Spiel gewesen. Genau. Aber es ist jetzt, ist halt doch ein bisschen weiter weg vom klassischen Shooter, den man sich jetzt vielleicht so vorstellen würde. Ähm, genau. Also es gab ein bisschen so diese Beta-Vorphase und, äh, dann war halt ein bisschen Ruhe. Ich gucke übrigens gerade ein bisschen parallel noch in der, äh, in der Liste, ob ich nicht irgendwas, ich habe das Gefühl, ich würde irgendwas über den Sommer über vergessen, aber vielleicht im schlimmsten Fall fällt es uns dann wieder ein. Und dann ging es aber auf den Herbst zu. Ähm, der ging eigentlich mit für vielen einer Überraschung. Ich muss gestehen, ich war ehrlich gesagt nicht überrascht. Äh, und zwar Shadow Warrior 2. Ja. Ähm, das, äh, kam richtig, kam bei den meisten sehr, sehr gut oder bei vielen sehr, sehr gut weg. Äh, bei der GameStar hat es auch echt super Wertungen gekriegt und ich finde es auch echt cool. Ähm, ja. Und, ähm, das ist ein, einfach, das fühlt sich so gut an, das rumlaufen und kämpfen. Also es ist echt, echt richtig cool. Story und so ist jetzt, naja, ist da jetzt aber auch nicht unbedingt so der Fokus, aber es ist das, das Gameplay fühlt sich richtig, richtig gut an. Und ich war ein bisschen überrascht gewesen, dass das so doll überrascht hat, weil dieses, dass dieses, dass dieses, dass dieses Kern Run and Gun gut funktionieren würde. Das konnte man schon in den Videos sehen, die sie monatelang vorher, sie hatten da mal so ein, ich glaube zweimal so eine zwölf Minuten langen Videos gezeigt. Und da war das schon zu sehen. Mhm. Dass diese Bewegung durch den Level, die Art und Weise, wie du, wie die Waffen reagieren, das Impact Feeling und so, was bei einem Shooter eben einfach auch wichtig ist, ähm, dass das so krass sauber ist, so krass gut schon im Video zu sehen ist, dass es einfach funktioniert. Ähm, von daher war ich darüber jetzt gar nicht so überrascht. Es gab so ein paar Kontroversen mit von wegen, ja, das sei sexistisch und irgendwie wie von früher, aber das ist auch so ein bisschen wie bei Duke Nukem, das ist so albern und übertrieben und also das ist nicht der Punkt, an dem ich so eine Diskussion aufmachen wollen würde. Das ist, glaube ich, empfand ich als Quatsch, aber mein Gott, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Duke Nukem 3D kam übrigens auch nochmal, aber das blieb völlig unterm Radar. Ja, also das ist völlig, diese neue Kampagne war auch, pfff. Da war ja auch schon die, die Bestätigung der Ankündigung war ja schon eine Enttäuschung. Ja, da dachte man ja so, was ist Duke Nukem, Duke Nukem, okay, was kommt da, was ist ein Remake von Duke Nukem 3D, jetzt sind wir aber gespannt und dann sah man den ersten Screenshot, ach so, ja okay. Das ist das Alte mehr oder weniger und das war's, also da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Ja und dann… Ich finde ja ganz kurz noch Shadow Warrior hat auch ein bisschen dieses Lebensbalkenproblem, also ich habe irgendwie nur zehn Minuten gespielt bisher, habe es noch auf der Liste, auch Pile of Shame noch, aber erstmal die anderen werde ich spielen. Und da, bei den ersten Gegnern hat mich das schon so ein bisschen genervt. Man kann die Lebensbalken zwar auch ausblenden, aber ich mag halt immer gern so das direkte Waffending, also ich will ungefähr das Gefühl haben, dass das, was meine Waffe da macht, dass die das auch in echt macht. Also wenn ich mit einer Schrotflinte jemanden auf den Kopf schieße, der die und die Größe hat und wo der Kopf nicht aussieht, als der sei aus Stahl, dann erwarte ich, dass der danach, also dass ich das nicht siebenmal machen muss, bevor der Gegner dann einknickt. Ja, also das stimmt auch tatsächlich. Also das ist ein bisschen, das kann ein bisschen nerven, muss man tatsächlich sagen. Ich muss übrigens noch ganz kurz, weil ich jetzt gerade in der Liste sehe, eine kleine honorable mention, aber ich glaube es ist ein Third-Person-Shooter. Plans vs. Zombies, Garden Warfare 2 ist Third-Person, ne? Ja. Ja, dann ziehe ich es zurück. Können wir als heißen Multiplayer-Shooter Geheimtipp mal nehmen? Ja, der ist wirklich cool. Und ein anderer heißer Multiplayer-Shooter, der aber keinen Geheimtipp mehr ist, sondern immer mehr Spieler findet. Ach ne, aber der kam schon letztes Jahr raus. Ich glaube, wir sollten trotzdem kurz drüber reden, weil er sich dieses Jahr so krass entwickelt hat und das glaube ich niemand so erwartet hatte. Und zwar Rainbow Six Siege. Ja. Ubisoft scheint da eigentlich alles richtig zu machen momentan. Es werden immer mehr Spieler. Sie haben jetzt auch eine Season 2 angekündigt, also ein zweites Jahr, wo sie neue Inhalte liefern wollen. Und GameStar hat ja dann auch einen Nachtest gemacht, hat auch nochmal aufgewertet. Also da ist eine sehr, sehr schöne Alternative zu einem Counter-Strike. Das ist echt nicht mein Bereich, aber ich würde mal sagen, das ist ein Spiel, was sicherlich auch Spieler von Counter-Strike anspricht. Es ist halt eine langsamere, bisschen weniger Skill-basierte und taktischere Variante von Counter-Strike. Die immer besser wird und auch immer mehr Leute anspricht. Und übrigens auch, was wir so mitbekommen, im Interesse mehr Leute anspricht. Weil Rainbow Six war damals, als es angekündigt wurde, die typische letzte Präsentation bei der UBPK auf der E3. Und da war schon so, ah ja, neues Rainbow Six. Ja gut. Ja, nicht schlecht. Warten wir mal drauf. Und dann kam es raus und dann war es so ein bisschen so, ach so ist das. Na ja, okay. Na ja, mal sehen. Und dann ist es aber wie viele Spiele nicht dann relativ bald auf dem Grabbeltisch gelandet, sondern ging dann eigentlich eher in der Versenkung mit einer wachsenden und sehr treuen Community erst richtig los. Und das haben viele gar nicht so mitbekommen, glaube ich. Und es ist inzwischen auch so, dass zum Beispiel unser Nachtist, den wir auf der GameStar hatten, den haben echt viele Leute gelesen. Also wir merken langsam, dass es ein Spiel ist, das eine sehr große, wachsende und wirklich treue Community hat. Und es ist so qualitativ vielleicht das beste Ubisoft-Spiel der jüngeren Vergangenheit. oder vielleicht jetzt nicht das Größte, aber vom An-, also wie viele Leute sich davon angesprochen fühlen, sicherlich das Erfolgreichste. Ja. Ja. Also das ist schon wirklich in seiner Nische eine Ausnahmeerscheinung ein bisschen, mit der man so zumindest jetzt vielleicht nicht umgegangen gerechnet hat. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Qualität zahlt sich halt aus, aber leider stimmt das nicht. Nein. Denn das haben wir schon zu oft erlebt, dass es wirklich qualitativ so hochwertige Sachen gab, die trotzdem einfach nicht angenommen wurden, nicht funktioniert haben, am Markt vorbei waren. Man sieht es bei Evolve ein bisschen, dass sie ja auch umgekrempelt hatten, was dann kurzzeitig wieder ein paar Spiele mitgenommen hatten und gesagt haben, ach siehste mal, kluge Änderungen, jetzt spielen wir doch wieder, ah ja, jetzt doch wieder nicht. Ja. Und das war es dann mit Evolve. Jetzt ist es tot, es ist gestorben. Schade. Genau. Ein Spiel, was, glaube ich, ein bisschen sich wieder berappelt hatte in diesem Jahr, was auch noch von 2015 ist, aber in diesem Jahr noch lebt, wie es ja durch diese Season-Pass-Geschichten immer so ein bisschen ist, war Star Wars Battlefront, wie ich finde. Also das… Weiß ich nicht. Das ist ja noch nicht gespielt. Es ging immer so ein bisschen hin und her, aber es hat jetzt wohl doch so ein bisschen seinen festen Kern gefunden. Mhm. Und die Wogen über den Release und den Ärger, den da viele hatten, dass bestimmte Sachen nicht drin waren und so, das hat sich ein bisschen gelegt, was aber, glaube ich, in der Regel, also es ist ja oft dann so, also wenn dann erstmal so diese, die erste wütende Menge, die einfach enttäuscht ist und was anderes erwartet hat, weg ist, dann kommt im Nachhinein, wenn dann irgendwie nochmal neue Inhalte kommen, dann wird vielleicht doch ein bisschen, zumindest von denen, die es noch spielen, einfach ein bisschen sachlicher darüber gesprochen. Dann wird eher gesagt, okay, das ist gut, das ist schlecht und nicht so sehr von wegen, das ist automatisch schlecht, weil es da ist oder weil es von EA ist oder so. Dann geht es ein bisschen mehr ums Thema. Ähm, hatte ich jetzt immer noch das Gefühl. Ist aber jetzt, mein Gott, läuft halt so, aber müssen wir jetzt nicht groß weiter darüber reden. Genau. Auch dem hätte eine Kampagne sehr gut getan. Ja. Ja. Aber... Das hätte auch den Namen gehabt, äh, kommen wir vielleicht gleich noch zu, ähm, wo eine Kampagne vielleicht noch, also eine gelungene Kampagne vielleicht noch mehr Begeisterung hervorgerufen hätte als bei der Kampagne, über die wir gleich sprechen werden. Aber vorher reden wir noch über ein kleines Indie-Schießspiel, ähm, was dieses Jahr ganz neu war ja auf dem Marker nämlich Battlefield 1. Ja. Und das ist ein tatsächlich, ähm, in vielerlei Hinsicht dann doch eine Überraschung gewesen, oder? Also jeder hat damit gerechnet, dass Battlefield 1 zum ersten Mal ein sehr erfolgreiches Spiel wird. Keiner hat damit gerechnet, dass das Erste Weltkriegsszenario so die allerbeste Idee ist. Das war doch eine ziemlich mutige Überraschung, der Macher das Szenario zu wählen. Wie sich dann herausgestellt hat, war es eine sehr kluge Wahl, weil, ähm, viele Aspekte da zusammenkommen. Also erstens ist es recht unverbraucht, zweitens hat es ein sehr, ja, wie beschreibt man denn das, ähm, die, ja, kann man da sagen, irgendwie eine gewisse Nähe der Kämpfe ist da spürbarer, als mit so futuristischem Zeug. Also ein Doppeldecker fliegt sich einfach irgendwie unmittelbarer als jetzt ein Düsenjet. Ja. Und so, so Bayonettattacken und so. Also ich, ich lese zum Beispiel, ich habe es im Multiplayer nicht, ich habe es im Multiplayer nicht viel gespielt, aber eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, ich kann es auch nicht. Ähm, aber dass die Leute, die es viel gespielt haben, oft sagen, dass gerade die, die Massenschlachten also in diesem, äh, wie heißt der, Domination Modus, der Operations Modus, dass dieses Ringen mit dem Gegner da schon sehr greifbar ist. Und es sich da tatsächlich, komischerweise verglichen mit der Kampagne, mit dieser Sinnlosigkeit des Sterbens und mit diesem Gebirge um, um irgendwelche Gebiete, die man einnimmt, dass da komischerweise das Szenario fast spürbarer ist als in der Einzelspielerkampagne. Mhm. Auch ohne Geschichte und so. Und das ist ihnen scheinbar ganz gut gelungen, also es fühlt sich wohl gut an. Es, ähm, ist auch der Staat geglückt. Also es gab jetzt keine großen Meldungen von Serverproblemen und so weiter. Das hat alles hingehauen. Den Leuten gefällt es auch. Der erste große Patch ist auch schon draußen, der wohl viele Nicklichkeiten behebt, die jetzt so dramatisch nicht waren. Also es war nicht wie nach Battlefront der Riesenaufschrei, ja, was habt ihr da für einen Scheiß abgeliefert? Sondern die meisten Leute haben es ganz gern gespielt. Das wird auch viel gespielt. Das ist ja mehr als erwartet. Also sie hatten ja viel erwartet erfolgstechnisch. Aber es ist dann nochmal drüber geschossen über das, was, äh, was man erwartet hatte. Also es ist ein größerer Erfolg, als man vorher dachte. Und man hat schon recht hoch angesetzt. Und das bei einem Battlefield eben. Aber wir hatten auch alle nicht mit einer brauchbaren Kampagne gerechnet. Wir haben uns halt gedacht, so Gott, nach Battlefield 4, was werden die da abliefern? Vor allem mit dem Szenario. Ich finde aber, also ich bin jetzt nicht so begeistert wie manch anderer. Aber ich finde, man hätte es wesentlich schlechter machen können. Und man hätte es höchstens mit einem anderen Team und dem Szenario und der Technik einfach noch viel besser machen müssen. Aber gut, das ist dann wieder die Frage, dann Nachfrage. Aber für das, was es ist, nämlich, also diese Entscheidung mit diesen fünf Geschichten war eine kluge, dass ich das Ganze, also viele Schauplätze abbilden kann. Die Technik ist einfach unfassbar schön. Also es sieht unglaublich gut aus. Es ist sich auch nicht so schade, gewisse Gräuel zu zeigen. Und die Figuren werden auch halbwegs greifbar. Also hätte es schlimmer ausgehen können. Probleme sind eher die, dass es nicht doch mehr geworden ist. Aber ich weiß nicht, ob wir da nochmal eine extra Folge zu machen. Oder wollen wir es jetzt mal kurz durchsprechen? Ich weiß nicht genau, worauf du jetzt meinst. Was der Tiefgang der Geschichten so angeht. Dass man sich mehr gewünscht hätte. Also dass ich mir denke, okay, die Kampagne war schon in Ordnung. Dafür, dass es ein Sahnehäubchen auf dem eigentlichen Multiplayerspiel ist, passt schon. Aber Leute mit der Technik und den Möglichkeiten und dem Szenario. Warum baut ihr kein 20-Stunden-Spiel, wo es mehr zu tun gibt als nur Schießen? Oder ein 40-Stunden-Spiel? Ja, 40 vielleicht nicht. Ah, 20. Und wenn es nur 12 sind, ist ja wurscht. Naja. Aber tatsächlich rundum gelungener Shooter in allen Bereichen. Hätten wir das so erwartet? Nicht ganz vielleicht. Ne, also von der Kampagne war ich auch überrascht. Ich muss gestehen, ab der Hälfte fand ich es dann schon, wurde es spürbar schwächer. Ja, wir haben die erste und die zweite War Story. Ja. Hat mir am besten gefallen. Ab der dritten ging es dann eher bergab. Aber das fand ich nicht so schlimm. Diese ganze Geschichte mit von wegen, dass man jetzt nur auf der einen Seite kämpft, das fand ich alles sowieso gar nicht so wild. Weil das nicht sehr forciert wurde, fand ich. Fand ich zumindest beim Spielen so. Und selbst durch die schlechten Level hat mich die Präsentation durchgetragen. Weil es wirklich auf einem Level und Niveau war, wo man nur gesagt hat, okay, einfach nur, um es mal gesehen zu haben, ist das schon ein Erlebnis wert. Wäre jetzt keine Kampagne, wo ich sagen würde, will ich sofort dann nochmal rein und es nochmal spielen. Aber ich war oft genug überrascht. Auch ich war auch überrascht, wie viel man schleichen kann und solche Sachen. Klar, es war auch ein bisschen, da war es sehr einfach beim Schleichen und so. Aber von dem Niveau, wo wir bei den Battlefield-Kampagnen herkamen, war das dann doch schon eine Überraschung. Im Nachhinein muss ich gestehen, die drei großen Endjahres-Kampagnen, Call of Duty, Titanfall, Battlefield, ich habe lange hin und her gerungen, Titanfall war da sowieso die beste, aber ist Call of Duty, war die Call of Duty-Kampagne mehr oder weniger gleichwertig zu der Battlefield-Kampagne. Ich würde jetzt wahrscheinlich am Ende dann doch sagen, dass vielleicht die Battlefield-Kampagne einen Tick schwächer, also vielleicht von den dreien die schwächste war. Trotz cooler Momente. Aber ich finde diese War-Story-Geschichte, das fände ich, wäre ein Konzept, was sie gerne in der ganzen Battlefield-Reihe fortsetzen könnten. Klar, sie könnten im Einzelnen vielleicht dann noch besser werden, aber die Idee, die Grundidee von diesen War-Stories, finde ich, entspricht viel mehr in einem Battlefield, als eine 20 Stunden oder 10 Stunden oder 5 Stunden durchgezogene einzelne Kampagne, die versucht mit Ach und Krach einen da um die halbe Welt zu führen, weil Battlefield halt, da sagt es der Name, Battlefield Schlachtfeld, also erzähl eine Geschichte auf dem Schlachtfeld, wo du gerade bist und dann geh zum nächsten Schlachtfeld, erzähl dann die nächste Geschichte. Das fand ich als Grundidee echt cool und ich hoffe, die setzen daran fort. Man stelle sich vor, es kommen zum Beispiel 5 DLC-Pakete und DICE hätte Battlefield vielleicht nur mit einer Episode erst mal gestartet und es wäre mit jedem DLC-Paket eine zweistündige War-Story mehr dazugekommen, die dann aber auch ein bisschen länger, komplexer und mit vielleicht etwas mehr Hintergrund-Info garniert gewesen wäre, aber da können wir nochmal eine extra Folge zu machen zum Thema Episoden oder was man eigentlich aus dieser Spielwelt oder überhaupt noch hätte daraus machen können. Naja. Und dann noch eine nicht unbedingt positive Überraschung, aber ein Spiel mit weniger Schwächen oder weniger serientypischen Schwächen als erwartet. Honorable Mention können wir an der Stelle vielleicht kurz noch sagen, wer einen Erste-Welt-Krieg-Shooter haben will, der sich tatsächlich ein bisschen mehr nach Erster-Welt-Krieg-Shooter anfühlt, der konnte dieses Jahr ansonsten ja auch noch zu Verdun greifen. Ja. Der Battlefield 1 ist im Grunde genommen ja eher ein Zweiter-Welt-Krieg-Shooter seiner ganzen. Das war ja das, wo man vorher lange überlegt hat, wie wollen die denn dieses Spielgefühl, was die Leute über die Jahre jetzt gewohnt sind von den modernen Spielen, nämlich rumlaufen und sehr, sehr viel automatische Waffen haben, Waffen mit denen man schnell feuern kann oder verhältnismäßig schnell feuern kann, wie wollen sie das denn in den Ersten Weltkrieg übersetzen? Die Antwort war ganz einfach, dass sie eben einfach nicht den Ersten Weltkrieg da nachspielen lassen, sondern der Erste-Welt-Krieg-Skin auf dem Waffenverhalten von späteren Generationen. Ich meine, da hat ja jeder, fast jeder Spieler kann da eine automatische Waffe und sowas. Das ist ja hingeschoben, bis es kracht, aber ist ja egal, das soll ja für das Spiel sein. Ja. Von daher, also Verdun gibt es noch als Alternative, falls man da mal irgendwie ein bisschen einen anderen Ansatz haben will. Das ist jetzt auch keine Simulation oder so, aber es ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Genau. Ist aber eher ein kleines Ding, genau. Dann machen wir vielleicht, bevor wir zur Titanfall kommen, kurz Call of Duty. Das kenne ich noch nicht, du schon. Und das ist, ja, wir gehören sicher nicht zu denen, die mit dem Zukunftsszenario ein Problem haben oder hatten. Gibt es ja auch schon genug Leute, die mit dem Szenario ein Problem haben. Es lief ein bisschen, also man merkt, dass die Serie nicht mehr da ist, wo sie mal war. Auch beim Interesse da draußen, du kannst tun, was du willst. Also das ist ja normal in der Redaktion jetzt nicht unser Job, irgendein Spiel zu promoten oder zu pushen. Auch nicht, wenn wir mit dem Publisher irgendwie eine Werbekampagne zusammen machen, die aber nichts mit unserer redaktionellen Arbeit zu tun hat. Trotzdem, auf Biegen und Brechen wollte sich niemand so recht und schon gar nicht auf dem Niveau von früher für Call of Duty Infinite Warfare interessieren. Zu Recht oder zu Unrecht? Wie ist es denn nun? Im Multiplayer kann ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel zu sagen, im Singleplayer ein bisschen zu Unrecht. Also gut, der Grundvorwurf, wenn man jetzt Sci-Fi als Setting nicht mag, ist vollkommen berechtigt. Mag man dann halt vielleicht einfach nicht. Aber wenn man das mal rausnimmt aus dem Gespräch, weil, mein Gott, wer nicht Blau mag, den kannst du auch nichts Blaues verkaufen oder nicht einreden, dass er jetzt Blau mögen soll. Aber wenn man diesen Fakt mal rausnimmt, wenn man jetzt kein Problem grundsätzlich mit diesem Setting hätte, dann war das eigentlich eine ziemlich coole Kampagne. Mit wirklich erstmal einem wahnsinnigen Schauwert, wie so oft in Call of Duty. Spielerisch allerdings muss ich auch sagen, dieses Jahr, es ist einfach, wenn man gesehen hat, was andere Spiele dieses Jahr gemacht haben, wie viel man in anderen Spielen mit der KI spielen konnte, also in den Leveln interagieren konnte, dann war das schon sehr anstrengend teilweise in der Call of Duty Kampagne. Gerade den klassischen Shooter-Moment zu haben, wenn halt wirklich wieder irgendwie tausend Soldaten in den Raum reinrennen und du halt wirklich wieder nur bapp, 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 bapp und nicht viel mit ihnen interagieren spielen kannst, weil sie einfach nicht so viel machen. Das hat mich dieses Jahr schon echt ein bisschen geärgert, gerade am Anfang. Hat dann aber recht schnell nachgelassen, weil ich wirklich so viele andere Sachen in dem Spiel gefunden habe, die mir echt gefallen haben. Die Weltraumkämpfe fand ich cool, auch wenn sie jetzt nicht sehr tief waren, aber es war einfach ein cooles Erlebnis. Das mit der Schwerelosigkeit und so fand ich ganz gut. Ich habe dann auch tatsächlich ein bisschen angefangen, mehr auch mal mit den Gadgets zu spielen, die man so dabei hat. Aber ich dachte die ganze Zeit so ein bisschen dafür, dass du so viele Werkzeuge und so viele Möglichkeiten eigentlich hast. Das Spiel gibt einem wirklich viele Sachen mit, die man da einsetzen könnte. Im Vergleich zu dem, wie man in einem Homefront oder in einem Doom eher ein bisschen mit den Gegnern interagiert, ist das schon ganz schön ausgenudelt. Also es ist einfach ein bisschen durch. Als Erlebnis, diese, ja, was wird die Kampagne gehen jetzt so? Fünf, sechs Stunden für die Kernkampagne und wenn man dann die Nebenmissionen noch macht, nochmal zwei Stunden drauf. Als Erlebnis ist das schon sehr, sehr cool immer noch. Also hat mir echt, echt gut gefallen. Die Story ist so lala, die Gegenspieler sind halt ein bisschen, Gegenspieler sind ein bisschen fad. Aber am Ende ist es sowieso, die Gegenspieler sind gar nicht, ist nicht unbedingt das Thema. Aber ich fand es dann, also ich weiß nicht, ich kann verstehen, dass die Leute das überhaben, aber so schlecht, wie es immer geredet wurde, war das auf keinen Fall. Also war witzigerweise dann auch, wenn man mal ein bisschen genauer die Kommentare und die, und die, auch die Reviews und so, auch die User Reviews gelesen hat, gerade die Kampagne kam bei vielen, die jetzt nicht grundsätzlich dagegen waren, eigentlich ziemlich gut weg. Also das hat vielen gefallen, dieses, dieses Military-Sci-Fi-Ding, was so ein bisschen was von Starship Trooper auch in seinem ganzen Look hatte und so. Klar ging jetzt nicht gegen Aliens, aber diese ganze Art der Präsentation, auch der Träger und sowas alles, da war ich auch ein bisschen froh, ehrlich gesagt, dass es dann, wenn man mal genauer hingeguckt hat, nicht nur diese, diese grundsätzliche Ablehnung war. Ja, die ja bei dem Thema einfach immer oft da ist und ist ja auch okay, gehört der dazu, aber bei dem einen oder anderen schwang dann doch mit, ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt mit diesem Setting grundsätzlich leben kann. Genau, also wie gesagt, für mich kommt sie als Kampagne auf den zweiten Platz vor Battlefield, aber nachteiltenvoll. Und auch nach Modern Warfare Remastered. Ja, achso, ja, das, das würde ich so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz laufen lassen, weil es ja im Grunde genommen ist ein altes Spiel, aber es ist ein fantastisches Remaster, das sieht unglaublich gut aus, also man merkt es dann erst, wenn man mal den Vergleich zum alten Spiel hat, wo man dann so denkt, was? Das, so sah das aus, ach du Scheiße, weil man hat natürlich ganz oft in Erinnerung, dass es vielleicht so ausgesehen hätte, wie das Modern Warfare Remastered. Nee, nee, das ist so ein krasser Unterschied. Und wie toll die Kampagne von Modern Warfare 1 wirklich immer noch ist. Also sie funktioniert immer noch wirklich, wirklich gut. Sie hat dieselben Stärken und dieselben Schwächen wie damals, aber sie ist halt immer noch, es ist das beste Kott. Ja. Wo würdest du, ganz kurz nochmal zu Infinite Warfare, wo würdest du es ansiedeln im Vergleich mit Advanced Warfare und Black Ops 3, die Kampagne? Oh, ich habe ja eh ein bisschen, ein bisschen wahrscheinlich anderes Wertungsspektrum als viele da draußen, was die Kampagnen angeht. Ich fand ja die Ghost-Kampagne zum Beispiel, also mal abgesehen von ihrer dummen Geschichte, aber wo ist das ein Argument bei Call of Duty, fand ich die ja richtig, richtig toll, so von ihrem ganzen, von den Abwechslungen und Level und so. Aber das darf man auch nicht laut sagen. Ich würde sagen, Advanced Warfare hat mir einen kleinen Tick besser gefallen als die Black Ops 3 Kampagne. Die, finde ich, war sehr in die Länge gezogen. Den Zombie-Modus wiederum in der Black Ops 3 Kampagne fand ich super, weil man damals, das war nämlich dann der Punkt, wo man mal ein bisschen anders spielen musste. Da hat der Gegner manchmal so einen Druck aufgebaut, weil er auf einen zugekommen ist. Und das hat das Spielgefühl ein bisschen verändert. Es war nicht so dieses, die hocken da hinter ihren Deckungen und ich schieße die halt ab, wenn die rauskommen, sondern diese Zombies kommen mir auf mich zu. Also musste ich auch mal rückwärts in den Leveln gehen. Und das war schon so, wo ich so dachte, oh cool, das ist ja eine geile Sache. Also würde ich vielleicht Infinite Warfare, Advanced Warfare, Black Ops 3. Okay, das reicht mir schon. Weil ich fand ja Advanced Warfare schon echt amüsant. Also das sah gut aus, hatte seine Momente und mehr erwarte ich da auch nicht. Und wenn Infinite Warfare da zumindest on par ist oder ungefähr da in der Liga spielt, dann reicht es. Einfach schon für so ein paar der Momente, da sitzt du davor und denkst echt so, wow, okay, das kann man sich anschauen. Na gut, dann weiß ich schon, was als nächstes in Punkto-Shooter-Kampagnen auf mich wartet, wenn ich die wahrscheinlich beste Kampagne des Jahres beendet habe. Ich bin noch nicht ganz durch. Und ihr habt ja schon im gesonderten Cast bzw. Video darüber gesprochen und zwar Titanfall 2, was niemand in der Qualität auf dem Zettel hatte. Also wir hatten uns alle sehr gefreut, dass Titanfall 2 überhaupt eine Kampagne hat, weil wir die beim ersten Teil sehr vermisst haben. Der Multiplayer im ersten Teil hatte auch so schon irgendwie echt Spaß gemacht, auch für einen Nicht-Multiplayer-Fan wie mich jetzt. Also ich habe das auch eine Weile ganz geil gespielt. Dann kam dieses saudumme Release-Datum, das ihr sicherlich auch in der Extra-Folge schon thematisiert habt, warum ausgerechnet dann und was hatte das Spiel erreichen können. Und die Verkaufszahlen zu Anfang waren ja nun wirklich nicht besonders berauschend. Aber, und jetzt mal eine steile These, die Titanfall 2-Kampagne ist das Half-Life 3, auf das wir alle gewartet haben. Denn, also ich wusste schon, die ist super und man hat auch in den Trailern gesehen, so okay, das ist richtig cool mit dem Roboter und mit dieser Interaktion und endlich mal nicht mehr auf andere Menschen schießen müssen, sondern halt ein bisschen was mit mehr Struktur und halt mit Erzählung und so. Wir waren ja noch sehr enttäuscht, als wir sie es in einem Ausschnitt gesehen haben, wo dieses Raumschiff abstürzt und dachten uns so, Gott, was ist denn da technisch? Ja, ja, das war doch ein totaler Schreck kurz vorm Release. Da kam dieser, oh, wir zeigen jetzt mal 4K und PC, Grafik, Trailer und ich weiß noch, du schriebst mir noch, oh, ist irgendwas mit Titanfall kaputt? Das sieht ja ganz, ganz schlimm aus und ja, mir war es auch aufgefallen. Und dann, wenn man diese Szene aber selber spielt, merkt man es gar nicht, dass das gar nicht so gut ist, was die technische Seite angeht. Aber ja, die Überraschung war dann groß, aber ich verstehe nicht ganz den, also den Half-Life-Dreh sehe ich nicht ganz, erklär mal bitte. Dann liest du halt überall von denen, die es schon durchgespielt hatten, ich war ein paar Tage zu spät dran, war ich auch irgendwie im Urlaub war und dann, ja, wie sensationell und dadada und dann installierst du das und schon im Hauptmenü fällt dir irgendwie auf, also ich spiele es auf dem PC, oh, das ist aber alles irgendwie sehr, sehr slick. Und ich bin ja ein großer Freund der Source-Engine, beziehungsweise auch jetzt der, das ist ja irgendwie eine sehr stark veränderte Version der Source, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, ja, also Source ist die Grundlage da. Mochte bei Half-Life immer und bei Half-Life 2 so eine gewisse, sehr klare Slickness in der Engine selber schon, also es ist nicht irgendwie, was die Unreal Engine oft hat, es ist nicht irgendwie so komisch krümelig, sondern es ist alles einfach sehr sauber und trotzdem sehr schön ausgeleuchtet und stilvoll und irgendwie slick, fällt mir kein besseres Wort ein. Läuft auch super, sieht hervorragend aus und schon im Hauptmenü merkst du irgendwie so, okay, ah, das gefällt mir jetzt schon, das ist schon sehr, sehr schön. Und dann startest du das und klar ist der Anfang ein bisschen standardmäßig mit, aber so Tutorial macht auch schon Spaß und du merkst da schon beim Bewegen, wenn ich in einem Spiel verglichen mit Mirror's Edge zum Beispiel sofort check, wie der Wall Run funktioniert, wann ich da dann wieder abspringen muss, wie weit ein Doppelsprung geht zum Beispiel und wie hoch, also wenn diese ganze Steuerung der Platforming-Elemente sofort greifbar ist und so präzise ist wie bei einem Mario beispielsweise, die Waffen einen Sound haben, wie man ihn eigentlich nur von Battlefield her kennt, also von dieser Bucht und dann aber auch mit so einem futuristischen Touch, der total cool ist, wie sich das Fadenkreuz bewegt und so. Also du merkst halt auf einmal so, okay, das ist jetzt mal wieder endlich mal was, was dich so anfühlt, wo du ständig begeistert bist, wie kann sich was so super anfühlen. Und das hat der Titanfall geschafft, ohne dass es mal, also wir haben schon gedacht, okay, das könnte ja cool werden, aber dass es ausgerechnet bei dem Spiel, was von EA so verheizt wird, dass das alles so zusammenkommt, das ist echt eine sehr coole Überraschung. Und was du dann halt merkst, wie viel Spaß das alles macht, so jede Waffe macht Spaß, die Geschichte entwickelt sich langsam, klar, der Hauptcharakter hat einen behinderten Namen und, aber allein schon diese Option mit dem Dialogding, dass ich mich immer so ein bisschen entscheiden kann und sage, bin ich jetzt ein bisschen schärfshafter zu dem Roboter oder auch nicht und so, irgendwie entwickelt sich da so ein Gefühl. Den Titan steuern macht Spaß, jedes Loadout von dem Titan verstehst du innerhalb von wenigen Sekunden und weißt sofort, wie du damit cool umgehen kannst. Jetzt habe ich den Faden verloren mit Half-Life, genau. Im Parallelen zu Half-Life 3, äh, oder zu Half-Life 2, also es ist sehr, sehr slick. Ich habe diesen Roboter, der sich im Zusammenspiel anfühlt wie der Dog in Half-Life 2, nur dass ich halt noch ein bisschen mehr Kontrolle über den habe und den auch selber steuern kann. Aber so dieses Gefühl so, oh, mein riesengroßer Stahlkumpel, das ist sofort da. Das Art-Design von den Schauplätzen ist Half-Life 2 gar nicht so unähnlich, auch von der Farbgebung her. Also es hat auch so ein bisschen diesen grau-gelblichen Ton oft, was dem irgendwie echt nahe kommt. Wie sich die Waffen anfühlen und wie das Treffer-Feedback ist. Also hast du schon mal einen Revolver in Half-Life 2 auf den Gegner gefeuert, auf so einen Combine. Ja. Wie der Revolver schon klingt und wie die Kugel bei dem Combine einschlägt und wie der dann umfällt. Hab seit, also bei Doom schon nicht und Doom hat es schon gut gemacht und bei Battlefield schon gleich gar nicht, gibt es so ein geiles Treffer-Feedback von den Gegnern. Das macht vielleicht seit Max Payne 3 nicht mehr. Es macht, oder bei, was auch sogar die Roboter verglichen mit Gears of War, können wir vielleicht auch in einer anderen Folge machen, wenn es um Third Person geht. Darauf kommen sogar die Roboter. Zerbratzen macht in Titanfall 2 mehr Spaß als in Gears of War 4. Es hat diesen Horror-Level, wo diese Spectre-Roboter mit dem roten Licht auf der Stirn auf einmal so in Massen auf dich zukommen und du dich irgendwie so schnell wehren musst, wie mit den Sägeblättern in Ravenholm in Half-Life 2. Und es hat diesen Zeitreise-Level. Beste Shooter-Level des Jahres wahrscheinlich. Ja. Es hat diesen Flucht-Level. Es passt einfach alles zusammen. Und da ist es auch scheißegal, dass die Story relativ wurscht ist, dass der Typ Jack Cooper heißt und man überhaupt nicht weiß, wer er ist. Aber was nennt das jetzt noch? Und Gott sei Dank hat EA angekündigt, dass die Titanfall als Serie auf jeden Fall weiterführen werden. Lass mal die paar kleinen Fehlerchen noch ausmerzen. Also gib uns noch einen Hauptcharakter, der richtig cool ist. Mach die Interaktion mit dem Roboter vielleicht noch ein bisschen, oder mit dem Titan vielleicht noch ein bisschen komplexer. Mach die Kampagne noch fünf Stunden länger, oder drei Stunden, wenn es sein muss. Ja. Das war eigentlich so die einzige Schwäche. Sie war echt ein bisschen kurz. Ja. Und der Dings, der zweite Level, der Abwasserkanal-Level. Ja. Aber sogar der war nicht schlimm. Also, weiß ich nicht. Du hast dich am Anfang ein bisschen so, ja, du hast ein bisschen gebraucht, bis du reingekommen bist, weil es halt anfangs sehr viel durch den Untergrund ging. Dann war ich schon so ein bisschen so, äh, weiß nicht, oh Gott. Nicht, dass das nicht in die Gänge kommt. Das ist gar nicht so geil, aber es wird ja danach, es wird ja immer besser. Ja, ja. Und das ist schon, ähm, und umso, umso schrecklicher, dass es dann eben da platziert ist. Aber das ist sicher nicht nur der Release-Zeitraum, weil die meisten Leute haben es einfach nicht auf dem Zettel. Wobei sich die Presse schon Mühe gibt, den Leuten zu sagen, Leute, allein die Kampagne ist vielleicht die Beste des Jahres, wenn ihr Shooter mögt. Also bitte spielt diese Kampagne. Ähm, Problem ist halt eher, dass die Leute sich auch von der Presse inzwischen nichts mehr sagen lassen, sondern, dass sie halt einfach nur auf Battlefield schauen, Call of Duty Scheiße finden. Ähm, und da kommt noch dieses kleine, geniale Spiel. Und so klein ist es jetzt auch nicht. Und ja, interessiert uns nicht. Wenn es im Februar erschienen wäre, wäre es auch nicht so viel sensationeller gewesen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich am Ende tatsächlich nicht. Deswegen, Leute, glaubt uns von der Presse auch mal was. Ja. Und kauft Titanfall 2. Die ist halt, wie gesagt, also es ist, äh, ähm, positive Friday. Bei, bei, bei dem Ganzen, also ich finde die auch wirklich, äh, dass das die, die, die coolste Kampagne des Jahres ist. Äh, es gibt, die ist nicht ohne Schwächen, wie gesagt, dieser, äh, Dings-Level da, ich finde es so ein bisschen zu kurz. Ähm, und also sogar ein bisschen schmerzhaft kurz nach hinten raus. Da war ich ein bisschen, da war es dann so, oh, so schnell vorbei. Ähm, und es gibt, es gibt da auch so ein paar Schwächen drin. Aber es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt so die Wahl hätte, will ich die Call of Duty Kampagne, die, äh, Battlefield Kampagne oder die Titanfall Kampagne sofort, nachdem ich durch bin, nochmal spielen. Gerade auf einem anderen Schwierigkeitsgrad oder so. Denn halt tausendmal gerne die Titanfall Kampagne, weil die auch an ihrem Kern Gameplay, äh, zumindest unter diesen dreien, die ja sehr ähnlich sind. Nämlich Schlauch, größtenteils Schlauch-basierte, äh, Shooter-Level, auch wenn Battlefield ein bisschen mehr Freiraum selbst in der Kampagne bietet. Ähm, aber das, das, das Kern Gameplay, auch der Kampf gegen die Gegner ist da halt doch mit der spannendste. Obwohl die Gegner jetzt nicht, also die verhalten sich nicht auffällig schlauer als in den anderen Spielen. Oder machen besondere Gruppentaktiken, wie jetzt, sagen wir mal, ein Halo auf höheren Schwierigkeitsgraden, dass die, dass die anders miteinander interagieren würden oder so ein Zeug. Das ist gar nicht unbedingt drin. Ähm, es ist aber, sie sind nicht ganz so deckungssuchend wie in Call of Duty, dass es wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Stand schießen ist, mehr oder weniger. Man steht dann hier auf der einen Seite des Raums und hier sind die anderen und dann geht's die ganze Zeit so. Ähm, sie sind nicht ganz so dämlich wie bei, äh, wie bei Battlefield, was Battlefield aber in der Regel ausgleichen kann durch sein, durch sein, durch sein, erstmal auch durch die Optik, durch die Inszenierung und so. Aber es ist wirklich so dieser, dieser Minute-to-Minute-Kampf gegen diese Gegner. Und ja, bei einem Shooter schießt man eben und da muss man halt auch mal akzeptieren, wenn man sagt, es ist halt so geil, in diese Gegner reinzubratzen. Also, es ist so gut gemacht, wenn du dann, wenn du über den Boden rutscht, an einem Gegner vorbei und dann halt noch so nach oben ziehst, bapp, 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 bapp. Äh, und dann vielleicht diese, das ist ja auch so ein kleines Detail, wenn du den dann triffst, dann fliegt in der Regel ja oft erst noch der Helm weg, damit du auch einfach ein bisschen Feedback hast. Okay, hast du da jetzt getroffen, hast du da ja nicht getroffen. Ähm, mein Gott, wenn meine Eltern das hören würden. Ähm, 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 und das ist so gut gemacht und diese Waffen machen auch echt so einen Spaß, äh, obwohl es ja jetzt, es ist ja, das sind ja auch irgendwelche Maschinengewehr und, äh, 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 Sachen, weil es ist ja nichts, da ist ja keine Waffe dabei, die jetzt irgendwie so krass ungewöhnlich ist oder so. Aber wirklich dieses Impact-Feeling ist so gut, äh, gelöst und ich muss auch gestehen, mir haben die Kämpfe als Pilot mehr Spaß gemacht, als die im Titan. Die Titan-Sachen sind ganz nett, ähm, aber ich fand das, also trotz dieser ganzen Loadouts, äh, ich musste gestehen, dass ich da schon ein bisschen über, überfordert war, äh, von diesen vielen Loadouts, zwischen denen ich hin und her wechseln, äh, konnte. Ähm, gerade mit diesen ganzen Zusatzfunktionen, die dann immer noch alle hast. Äh, ich hatte trotzdem mehr Spaß, wenn ich als, als Pilot unterwegs war, dieses Mal an der Wand langlaufen und da sind ja dann auch so viele interessante Einsätze dafür und selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie, ähm, mal zwischen, zwischen, ja, äh, zwischen irgendwelchen Ventilatoren so hin und her springen und dieser ganzen Krempel, der da so drin ist, äh, das, das war schon echt cool. Ich hätte eher ein bisschen mehr davon gehabt. Das hat aber auch zum Beispiel verglichen mit Doom, ähm, bei Doom ist es ja so, du tanzt halt die ganze Zeit zwischen diesen Dämonen hin und her, machst ständig deine, deine Finisher. Und ich weiß nicht, wie, wie geübt man sein muss, aber ich brauche bei Doom immer schon eine Weile, bis ich dann die Waffe habe, die ich brauche. Und da bei Doom die Munition immer relativ schnell leer ist, musst du ja ständig die Waffen wechseln für verschiedene Situationen in diesem Kampf. Also du hast halt irgendwie von mir aus einen fünfminütigen Kampf gegen viele Dämonen, die alle auf verschiedene Arten auf dich zukommen. Du bewegst dich zwischen denen durch und dann, okay, jetzt brauche ich aber hier die Plasma für den, jetzt muss ich hier den kurz lähmen, jetzt muss ich hier kurz die Schrotflinte, jetzt brauche ich hier das Scharfschützengewehr für den. Und dann immer so mit dem Mausrad, beziehungsweise mit den, mit den Zifferntasten so, hä, wo war noch gleich was und so weiter. Und bei Titanfall gibt es, finde ich, ein bisschen zu viele Maschinengewehre oder Sturmgewehre, wo ich jetzt immer noch nicht genau weiß, also es ist wahrscheinlich dann eher was, was man im Multiplayer dann besser beherrscht, wenn man da geübter ist, irgendwie so, okay, das ist jetzt ein bisschen besser in der Hinsicht, das hat ein bisschen höhere Feuerrate und so weiter. Aber bei Titanfall ist es scheißegal, weil jedes Maschinengewehr sich geil spielt, jedes Maschinengewehr einen super Feedback hat und jedes Maschinengewehr total geil klingt. Und da ist das Navigieren mit diesen Wallruns und auch mit den, und dann machst du hier Doppelsprung rauf, dann hier schnell vorbei, oh, der hat mich kurz gesehen, oh, der hat mich noch nicht gesehen, dann schnell die Tarnkappe an, dahinter, dann den schnell, dann Granate hier hin und zurück. Und so, das ist halt, du musst das nicht mal viel üben, sondern es ist halt sofort drin und es macht halt sofort in jedem Kampf echt Spaß. Und das ist echt Wahnsinn, also, naja. Kann man schon mal begeistert sein. Ja, ja. Ja, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser, dass dieser, äh, eine Level, das ist nicht nur der beste Level diesen Jahres, das ist der beste Level, der, der, der mindestens der letzten fünf Jahre Ego-Shooter-Level, also so ein Ding, was so herausstach, wüsste ich nicht. Aber es hat jetzt auch nicht so viel Neue gemacht. Ich glaube, dass die Mechaniken mit diesem, mit diesem Umschalten, die sind ja eher aus so, ähm, sag ich mal, Puzzle-Plattformern aus dem Indie-Bereich eher geklaut, dass ich, also diese typischen, okay, ich schalte das Level jetzt auf negativ und dann springe ich los, dann muss ich es aber auf, auf positiv schalten, weil nur da die Plattform da ist und solche Sachen, das ist, ähm, jetzt so originell nicht. Aber in, in, in einem Shooter hätte man es erstens nicht erwartet. Ja, in dieser Kombination, ne? Ja, ja, genau. Also, das ist halt das, das, das Ding. Das war ja der, das war der Pitch-Level, das ist das, das ist der älteste Teil des Spiels, dieser Level. Ah, okay. Und mit dem Level haben sie die Kampagne gepitcht. Also, ja. Den Level haben sie natürlich dann gebaut und, und, und irgendwie schöner gemacht und irgendwie besser gemacht und so, aber das ist der älteste Teil, das, das, ähm, der Kampagne. Und, und es sind aber, ich finde, es sind auch genug andere Level drin, die, die echt richtig cool sind, wo echt so coole Szenen drin sind. Und im Gegensatz zu der Call of Duty Kampagne, die ja auch voller, äh, durchaus imposanter Szenen ist, die wirklich, also so viele Szenen drin, wo so, oh, krass. Äh, aber Titanfall hat ein deutlich besseres Pacing. Also, Titanfall kriegt das viel besser hin, so einen Moment aufzubauen, dass du halt wirklich dann dastehst und denkst, boah, krass, wie geil ist denn das jetzt bitte? Obwohl das, was du dann siehst, im, wenn du es im direkten Vergleich mit dem machst, was du bei Call of Duty siehst, ist es sogar schwächer eigentlich. Also, wenn du die beiden Szenen nebeneinander halten würdest und wirklich nur so, jetzt sag mir mal, wie viele Sachen, wie viele Explosionen siehst du da oder so, dann ist bei Call of Duty mehr. Und das ist sogar noch, noch viel sauberer und aufwendiger inszeniert, noch viel detailreicher, noch viel, da ist viel mehr, passiert viel mehr, ist viel mehr los auf den Bildern und so. Ähm, aber Titanfall hat trotzdem, und das ist, glaube ich, das, was du auch meinst mit dieser, dieses Greifbare, äh, in Call of Duty fühlt es sich mehr an, wie so eine Leinwand, die abläuft. Und bei Titanfall ist es mehr, du bist da näher dran. Also, es hat mehr, es zieht sich, es zieht sich irgendwie, du bist da mehr Teil von dem Ganzen, was da abläuft. Das ein bisschen, muss man gespielt haben, um es ein bisschen gefühlt zu haben. Stell dir mal vor, die Call of Duty Kampagne wäre spielerisch die Titanfall Kampagne gewesen. Also, Infinite Warfare, es hätte Titanfall 2 nie gegeben, sondern alles Spielerische von Titanfall 2, von der Kampagne, wäre jetzt die Kampagne von Infinite Warfare gewesen. Plus halt noch die, die, die Schauwerte und, ähm, von mir aus diese Zwischensequenzen in nahezu Kinoqualität von Call of Duty. Ich glaube, nicht mal dann hätten die Call of Duty Hater gesagt, okay, Wahnsinn, was für ein Singleplayer-Shooter. Das ist da jetzt durch, nee, nee, also, das kannst du nicht mehr, also, wir werden auch dieses ganze, diesen ganzen Call of Duty-Hass, den wird die Marke nicht mehr loswerden. Das sei denn, sie macht über Jahre Pause oder so radikale Umstellungen, die sie aber, glaube ich, schon fast nicht machen können. Also, da müssten sie wirklich auch in ihrem Kern-Gameplay sich ganz neu erfinden und ich glaube, das wird nicht passieren, solange da noch doch so viel, äh, Umsatz mitgemacht wird am Ende. Wenn sie eine WK2-Kampagne machen mit einer spürbar besseren Engine auf Battlefield-Niveau, dann, glaube ich, haben sie viele Fans wieder mit dem Boot. Ja, denke ich auch, aber dann wird sich trotzdem nichts an der, an der, an der grundsätzlichen Gameplay-Mechanik von Call of Duty ändern. Also, Call of Duty wird, wird kein, äh, kein, Crysis-Gameplay kriegen mit mehr, mehr Bewegungsspielraum und, und mehr wirklich markieren oder Far Cry-Gameplay oder sowas in der Richtung. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Zumindest nicht, solange da noch, ähm, ähm, Geld mit stattfinden wird. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Na gut. Ja, das war das Shooter, ja. Einen, äh, einen Shooter konnten wir jetzt noch nicht beurteilen. Das ist das, äh, Space Hulk Deathwing. Das kommt erst in ein paar Tagen raus. Ein Koop-Shooter im Warhammer-Universum, auf den ich, also ich bin sehr gespannt drauf, weil, äh, ich finde das als Setting irgendwie ganz cool. Äh, den konnten wir jetzt noch nicht mit, mit reinnehmen, aber, mein Gott, äh, der wird jetzt auch nicht unbedingt die Landschaft umkrempeln. Äh, vielleicht erwähnen wir noch Deus Ex Mankind Divided. Für die, die einen sehr komplexen Shooter spielen wollen, wenn sie ihn denn als Shooter spielen wollen. Also, wenn ihr unbedingt einen First-Person-Shooter braucht, in dem ihr tausend andere Sachen auch noch machen könnt, dann ist das vielleicht was für euch. Ähm, Third-Person-Shooter würden wir gesondert behandeln. Dann müsste man aber fast das Honor mit reinnehmen. Dann, ja, das ist richtig. Und das Ex sind da sehr ähnlich eigentlich. Ja, das stimmt. Ansonsten Third-Person, ähm, müsste man eventuell gesondert machen. Das wären in dem Fall The Division und Gears of War, was anderes hält mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, ansonsten gibt's natürlich noch, ich weiß nicht, Warframe hat sich auch weiterentwickelt. Ähm, ja, Destiny, Destiny gab's ja auch in, äh, DLC, aber, äh, ja, muss man jetzt nicht groß drüber reden, glaub ich. Wir werden demnächst, äh, The Division weiterspielen. Tatsächlich kann ich hier schon mal ankündigen. Ähm, also wir beide auf jeden Fall, ne? Wir beide, äh, im Koop, nach dem Update hat sich da einiges getan. Und die haben beide Bock drauf und die Kampagne nie beendet, deswegen werdet ihr demnächst wieder The Division bei uns zu sehen kriegen mit dem neuen Update. Und vielleicht spielt es sich ja ein bisschen anders. Äh, ja, Gears war super, kann man einfach mal so sagen. Die Kampagne, ich hab's selber noch nicht durchgespielt, bin auch noch nicht so besonders weit, aber ihr wart ja ziemlich begeistert davon. Das Let's Play gibt's bei uns im Kanal. Was nächstes Jahr für Shooter kommen, verraten wir euch dann spätestens im Januar, wahrscheinlich in der großen Jahresvorschau. Ansonsten sind wir, glaub ich, durch für heute, oder? Ich würde auch sagen, dass das Thema ganz gut abgegessen ist, aber ihr, ihr seid jetzt gefragt, schreibt uns gerne in den Kommentaren, äh, was für euch die Shooter waren, welche Shooter ihr cool fandet, welche ihr blöd fandet. Vielleicht mit mehr als einer grundsätzlichen Ablehnung zu einem bestimmten, also ihr braucht uns nicht sagen, wenn ihr Call of Duty von Hause aus scheiße findet. Das bringt jetzt in dem Moment nicht. Aber wenn ihr irgendwie sagt, warum ihr das vielleicht, äh, blöd findet, auch wenn ihr es generell vielleicht mögen wollen würdet, das wär cool. Ein bisschen differenziertere, äh, Ansichten. Das, das wär sicherlich interessant zu lesen. Genau, schreibt in die Kommentare, wie immer, mit, äh, bitte kultivierte, äh, Gesprächskultur. Kultivierte Gesprächskultur. Da habt ihr was von, da haben wir was von und, äh, dann finden wir euch cool und ihr findet uns dann hoffentlich auch ganz cool, wenn wir da ein bisschen mitquatschen, weil wir wollen nur mit Leuten quatschen, die auch was zu sagen haben und zwar vernünftig. Ähm, ja, ansonsten, äh, wenn ihr irgendwelche Methoden kennt, diesen Podcast, beziehungsweise dieses Video positiv zu bewerten, sei es mit Daumen hoch bei YouTube oder sei es mit einer, äh, hohen Bewertung bei iTunes. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wissen wir noch nicht genau, ob diese Folge schon im offiziellen GameTube-Podcast-GT-Talk-Channel bei iTunes läuft, eventuell noch im inoffiziellen, soll euch aber nicht dran hindern, auch diese Folge positiv zu bewerten, so es euch denn gefallen hat. Ansonsten, noch eine kurze Sache, äh, gibt's noch eine kurze Sache, eine kurze Sache für die, äh, Kommentare. Was ich cool fände wäre, äh, wenn ihr vielleicht einfach, äh, eure Top-5-Listen mal reinmacht, was waren eure, also richtig geordnet mit, was war der Beste, äh, und zwar, ja, da müssen wir schon Multiplayer und Singleplayer zusammenwürfeln. Ist ganz egal, einfach eure Top-5-Schritte beschreiben. Ihr könnt in Klammern hinterschreiben, wenn ihr bestimmte Vorlieben, Kampagne oder so, äh, oder Multiplayer oder so habt, dann könnt ihr auch zweimal Sachen irgendwie nennen, äh, weil die ja doch manchmal sehr unterschiedlich empfunden werden, ähm, da könnt ihr aber ein bisschen flexibel sein. Aber das fände ich mal irgendwie ganz so, ja. Fünf, ne? Fünf ist, glaube ich, ein ganz guter. Fünf ist gut, ja. Fünf ist gut. Der oberste Kommentar gewinnt, ne? Gut. Dann, äh, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei GT Talk. Danke, Fritz. Danke, Daniel. Und bis bald. Ciao. Macht's gut. Tschau.